Die Wohnung ist auf jeden Fall eine ganz tolle Rückzugsgegend für mich. Hier kann ich immer wieder entspannen, bin hier einfach heimisch, weit entfernt vom Fußball und von den anderen Stresszonen des Alltags. Und hier chill ich immer sehr, sehr gerne in meiner Wohnung. Diese Bank ist mein Lieblingsort, auf jeden Fall. Die ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich die von meiner Oma bekommen habe, die leider schon verstorben ist in Rumänien bei meiner Familie. Ja, einfach mal da zu lesen oder TV zu gucken, vielleicht mal ein kleines Nickerchen. Es macht total Spaß, auch mal in sich zu gehen. Wie ich zu diesem Hobby gekommen bin, ist eine einfache Frage, dass ich schon seitdem ich klein bin, immer auf Motorräder stand. Basketball, weil man einfach mal so ein bisschen spielen kann, was Neues ausprobieren kann. Ein bisschen so Freestyle auch, Treffsicherheit, einfach alles nur zum Spaß. Ich würde sehr gerne auch noch im Sportmarketing studieren. Vielleicht werde ich das auch in meiner Wehrdienstzeit machen. Aber ich denke, ich konzentriere mich jetzt auch erst mal auf die WM und werde dann nach der WM wirklich überlegen, was ich dann beruflich noch machen möchte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020